Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit Dr. Stefan Edlinger, mein HNO-Arzt. Lieber Stefan, heute habe ich ein schwieriges Thema mitgebracht, eines, das aber ganz, ganz oft auch gefragt wird in den Kommentaren und so. Wie ist es eigentlich mit dem Tinnitus? Und zwar jetzt auch ganz spezifisch kommt ja ganz oft die Frage, hilft eigentlich ein Cochlea auch gegen Tinnitus? Ist das ein Mittel dagegen oder vielleicht magst du überhaupt ein bisschen ausholen, um das Thema so ein bisschen verständlicher zu machen? Lieber Robert, vielen Dank. Du hast uns heute oder mir eine sehr, sehr spannende und schöne Frage mitgebracht. Was beim Tinnitus, wenn man ein bisschen auszuholen, wirklich passiert, wissen wir bis heute nicht genau. Wir wissen uns in irgendeinem Grund in unserem sehr, sehr feinen Signalweg zwischen Wahrnehmung und Umwandlung eines Schallsignals von außen, im Innenorbit ist umgewandelt von Schallwellen in elektrische Impulse, dann über die Hörbahn Richtung Gehirn geleitet und dort zentral verarbeitet. Irgendwo da drinnen ist ein Störgeräusch. So wie jetzt lauter Kühlschrank im Hintergrund, wie der Zug vorm Haus, wie die Stromleitung, die über mir ist, irgendwo nehme ich ein Signal wahr, das einfach da ist. Mit dem einen großen Unterschied, es höre nur ich und du in dem Fall nicht. Das heißt, es ist mein körpereigenes Störgeräusch. Ob da jetzt jemand eine Stromleitung verlegt hat oder einen Kühlschrank irgendwo eingebaut hat, da sind wir uns sicher, das ist nicht passiert. Wir wissen aber, dass hier gewisse Botenstoffe zu viel da sind. Wir wissen, dass zu viel Erregung da ist. Man kann mit so Funktions-Kernspintomografen nachweisen, dass hier wirklich Signale da sind und einfach so vom Gehirn verarbeitet werden. Das heißt, wir suchen jetzt, um eine Begründung zu haben, irgendwo eine Störung im Ohr, in der Hörbahn oder im Gehirn. Okay. Die Störung, die bei einem schwerst bis extrem Schwerhörigen einfach da ist oder einer Schwerhörigen ist, dass im Innenohr irgendwas nicht so ganz funktioniert. Das heißt, irgendwelche HCN sind kaputt gegangen und Nervenfasern, die drunter liegen, denen ist Fahrt, die haben ja nichts zu tun, weil die Wahrnehmung kommt ja nicht mehr rein. Das heißt, dieses Signalweg ist so weit gestört, dass der Nerv sich irgendwie erfindet und sagt, naja, dann schicke ich jetzt selber was aus. Okay. Und dann ist das Spannende in der Forschung, wenn der Nerv sagt, jetzt schicke ich selber was aus. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie einmal in einem lauten Lokal waren, für Stress hatten, irgendwo laute Musik gehört, in einem Club waren, dann scheppert es einmal ein paar Minuten, Stunden oder auch Tage. Und bei einem Nichtbetroffenen, bei einer Nichtbetroffenen, sagt dann das Gehirn, du, das scheppern, das kenne ich jetzt schon, das filter ich mir weg. Und dann ist die Frage, wieso bleibt es bei einer Tinnitus-Betroffenen, bei einem Tinnitus-Betroffenen dann doch länger da und geht nimmer weg. Was das Cochlea-Implantat für sowas hat. Okay, eine kurze Frage jetzt. Heißt das also, verstehe ich das auch richtig, wenn du schlecht der oder schlecht hörst, bist du sogar noch häufiger auch vom Tinnitus dazu betroffen? Ist das so auch eine häufige Diagnose, die Hand in Hand geht? Weil halt dieses gestörte Ohr dann irgendwie versucht, das erfindet halt ein Geräusch, ist das tatsächlich so? Nicht immer, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Okay, gut. Und was würde jetzt das Cochlea-Implantat, was könnte das bringen? Wenn wir jetzt ganz plakativ sagen, diese Nerven ist fast, sie schicken selber ein Signal aus. Was das Cochlea-Implantat kann, ist diese Nervenbeschäftigung schaffen. Das Implantat, aber der mit einer Elektrode die Stromimpulse im Innenohr abgibt und damit diese Nervenfasern wieder reizt und die Signale weitergegeben werden Richtung Gehirn. Dass jetzt nicht nur dieses Störgeräusch daherkommt, nicht nur die Stromleitung, nicht nur der Kühlschrank, sondern auch plötzlich wieder Höreindrücke und Sprachverständnis eindrücke. Und damit kann das Gehirn sagen, naja, jetzt habe ich genug Eindrücke, jetzt kann ich dieses Brummgeräusch im Hintergrund, das Rauschen, Sausen, Surren, Klingeln, wie auch immer Sie es nennen wollen, einfach wieder wegfiltern. Und die Filterfunktion ist viel, viel leichter gegeben. Und das Tinnitusgeräusch verschwindet rasch, kurzfristig oder langfristig, wenig bis komplett sogar. Das finde ich sehr interessant, wir berichten ja viele Menschen und das spricht fast ein bisschen gegen die These, aber natürlich hast du recht, aber es ist ja so, viele tragen es ja auch ganz bewusst in der Nacht. Die sagen, ich gebe es gar nicht runter, weil sobald ich es runter tue, dann ist das Geräusch wieder da, obwohl du ja jetzt nachts wahrscheinlich in einer Umgebung bist, wo du eh nicht viel Eindrücke oder Geräusche hast. Also spielt da auch noch was anderes eine Rolle oder woher kommt es das? Ich verstehe es in einer lauten Umgebung, wie ist es, wenn es ganz still ist? Habe ich ja trotzdem, wenn ich das Implantat drauf habe, diesen Außenteil, habe ich ja ein Signal, das weiter verarbeitet wird. Okay. Dann wird ja zumindest still verarbeitet, aber trotzdem kommt hier ein Schallimpuls rein. Aha, okay. Ich habe irgendeinen Vorgang, der technisch, ich habe es leider nicht 100% gebaut, aber von der Grundidee ist es auch... Also kommt trotzdem was rein? Auch in der Umgebung haben wir 25, 30 Dezibel Hintergrundgeräusch und auch das wird natürlich von diesen hochsensible Mikrofonen, die du eingebaut hast, in deinem Fall sind es zwei, verarbeitet und weitergegeben. Und das hilft natürlich dem, das zu verarbeiten. Aber, und das habe ich auch schon gehört und du hast es auch schon angedeutet, es ist kein Allheilmittel, dass du dann, du durfst es raus und dann ist es rauf und dann ist es gut. So ist es ja leider nicht, oder? Ganz ein wichtiger Punkt, leider nein. Gibt es überhaupt, ich meine, etwas, was dem Tinnitus hilft? Also gegen den Tinnitus hilft, nicht, was dem Tinnitus hilft? So auf was, ja? Also je nachdem, wo es eben herkommt, ob wir jetzt sagen, wir vermuten eine Störung Richtung Ohr, Richtung Körpern oder Richtung Gehirn, gibt es ja viele, viele Ansätze, aber das einzelne Allheilmittel haben wir leider auch nach Jahrzehnten davor schon immer noch nicht gefunden. Es gibt aber sehr viel, was Betroffene eben unterstützen kann, zumindestens die Kompensation, die Verarbeitung so weit fördern unterstützt, dass ich sage, damit kann ich leben. Das passt schon. Super, vielen Dank. Großes Thema, komplexes Thema. Ich hoffe, wir haben ein bisschen einen Einblick bekommen. Wenn ihr weitere Fragen an den lieben Dr. Stefan habt, dann lasst es einfach hier unten in den Kommentaren, was dauert. Ich bin sicher, dass ich wieder einmal vorbeikommen darf und dir noch ein paar Fragen stellen darf. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es sich gefallen hat, abonniert den Kanal. Alles Liebe, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.